Oh. Ja, Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind quasi zurück aus der großen Pause, denn wir wollten doch lieber wieder zur Schule gehen, denn der Nikolaus hat uns ja dann jetzt schöne Sachen gebracht und es liegt Schnee. Das stimmt. Im Spiel leider nicht. Nee, da gibt es diese Funktion noch nicht. die kommt mit dem nächsten update geplant für 2014 aber gut ja wie sieht denn das lager aus und die produktion an soldaten ist sehr gut wer hat denn hier den ganzen schmuck leer gekauft der der zu viel geld hatte das stimmt ich war es nicht oder konkurrent menschen die schiffe wo sind ich hatte doch mal schiffe mit kanonen hier ist noch eisen das schiffsfriedhof da müssen wir bei den version starten wenn man zuerst rot oder blau ach ich nehme sich beide nicht viel denke ich aber rot hat hat weniger weniger leutchen aber die einheiten patulieren ja schon ziemlich stark bei dem durch die stadt ja da sind die ganzen aber bei blau sehe ich habe noch gar keine einheiten aber ich glaube er dann seine einheiten wenn er die produziert kommen ja da erst mal nicht raus muss ja ein weg bauen ja gut was hat es ist etwas nähe egal ich habe so viele schiffe und alles oh die sind noch gar nicht hier das schwert war und wie heißt das für die escapade 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 so wir bauen mal noch mehr schiffe schiffe weil ja weil wir die brauchen ganz 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 viele vier tonne kanonen ja ich wollte gerade sagen kanonen werden hier aber auch nicht produziert aber ich habe bestimmt ja kein eisen mehr ich ja ne lumperei ach aber zu viele steine ich muss jetzt mal so ein paar steinwerke abreißen grob ab die dinge erzschmelzen na da bauen wir noch mal zwei achte jetzt was wenn ich sie hierhin stelle eine einheit eine einheit wurde ausgebildet oh es waren aber viele einheiten gott das sind ja viele hast du denn schon einheiten ich habe ganz viel muss mal in die kathedrale gucken und die stehen ja alle offen oder stehen sie ist das ja bloß bestimmt ein teil der ganzen einheiten meine kommen dann hier leider nicht raus du könntest ja so freundlich sein in kakao fällt abzureißen na dort bei meiner hinteren burg praktisch weil die können dann irgendwo raus die wüsten dann an der anderen burg vorbei laufen können das ist aber wald dort ja aber da ist auch noch ein kakao fällt praktisch was da weg müsste das gehört zu dir ne das ist deins das hier ja ja das ist weg könnte ich die jetzt theoretisch hier raus schicken ja gut ja das geht so ist gut das kakao fällt brauche ich ja sogar nicht mal das ist gut der läuft trotzdem durch kakao die können auch durch die burg durchlaufen die müssen da nicht unbedingt drin gespawnt sein ja wie war das wie wie gegen die einheiten zum arzt du hast das doch letztens mal ich glaube man stellt die einfach daneben oder man schickt sie rein müsste man mal probieren ich habe nicht mehr verkaufsmäßig nahrung das kann ich schon nicht mehr raus auch langsam ein bisschen das war eine letzte ist eine dörre aber die produzieren ja ziemlich wenig naja muss man sehen kann man auch einkaufen was brauchen wir so ich muss sagen wie man die einheiten kannst du hier oben dort bei einer werft den wald wegreißen meinst du den hier ja noch stück zum see im see komme ich nicht das ist nein nein das ist eben noch nicht meins also wird also keinem ja ich komme auf jeden fall nicht gerade stimmt auf der karte ist dieses ja auch das ist praktisch niemals land da müssen wir hier wo man ja gut hier geht es vielleicht kann man das ist da machen wir noch ein bisschen platz sind dann sehen wir noch ja das geht schon so wieder ein schiff voll kanoniert kann und die schiffe das wird noch nicht so ganz so ein schiff ist voll ich habe hier unten vergessen den weg zur fischerhütte zu bauen habe ich extra gebaut um noch mehr nahrung zu produzieren neue einheiten sind bereit ich werde ich ja niemals brauchen die stehen ja hier schon oben naja aber das problem ist wir brauchen unheimlich viel angriff ja das ist kein problem weil die gegner ja praktisch so komplett gerüstet mehr einheiten meinst du ja der konkurrent erweitert ein schiff wurde gebraucht ein vorteil haben eigentlich diese größeren borgen quasi man kann mehr einheiten mit einmal produzieren aber das bringt ja überhaupt nicht mehr da brauchst du nicht so oft dahin und neue einheiten anwenden aber ich tue doch eh immer wenn ich ihnen raus schicke kleine neue bestellen da ist das doch egal ja das machen aber nicht viele ich vergesse das zum beispiel meistens das ist natürlich nicht gut das stimmt oh die baumaterialien sind ja gesperrt naja wird schon seinen grund haben äh ja meine sind stimmt oh warum sind hier die kaufleute nicht auf vollsten stören was die sind unzufrieden hä ja bei dir wär ich auch unzufrieden hä was war warum das jetzt die waren doch gerade ist bei dir irgendwo vollstens happy nähe ein mangel das war auch letztens so schön weil ich kathedrale und schloss hatte mhm das hat wunderbar funktioniert das kann doch nicht sein dass ich jetzt eine minusbilanz habe das oh macht da jemand werbung für sein unternehmen mein schiff heißt sunflowers ja das können wir na ob ich das so erlaube das boat ist auch voll oh jetzt tun die schiffe sicher wieder kommt sehr gut fein gemacht hä das ist ja komisch ach so die kathedrale deckt ja noch immer alle ab ach immer diese marktplatz bugs hier ach den marktplatz bugs jetzt wachsen die steuern auf 7000 was geht denn ab ach oh die aristokraten sind ja gerade von 1000 irgendwas auf 2000 oh meinst du dass das so gut ist na waren sie ja vorher sicherlich auch komisch nun gut sehr komisch wer weiß was die bei dir wieder haben die haben bestimmt sich versteckt um keine steuern zahlen zu müssen und dann musst du musst du eine polizei bauen eine polizeistation ja oder wir drohen ihn mit einem galgen galgen habe ich ja noch gar nicht gebaut aber ich habe auch keinen platz für den doch hier ist es auch nicht aber das bringt er mir nicht galgen galgen von kathedrale die stadt ist zu eng angelegt ja die ist quasi perfekt fast außer der gergen ja der ist naja gut er passt nicht mit rein ich habe bis jetzt noch nicht den nutzen davon kleidung wird eng neue einheiten sind ich glaube ich enge kleidung ist ja mutter ja so kann man das aussehen oh gott nahrung haben sie keins immer gebunden naja so jetzt passt der galgen hier auch schön rein oh der blaue hat immer noch keine einheiten nein der hat keine lust der ist pazifistisch der mag keinen krieg aber ne warte mal jetzt jetzt geht doch wo geht denn der hin doch jetzt geht es gerade in den esel mensch diese esel sollte ja anzeichen sein dass er jetzt welcher baut wartet g 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 Bis zum nächsten Mal.